Hallo liebe Leser! Wenn ihr einen Kanal bei YouTube habt, dann geht's euch sicherlich auch auf den Sack, erst waren alle Freunde weg. Dann wurde die MI-Funktion verstümmelt. Auf einmal sah der Kanal anders aus. Na zum Glück konnte man das wieder zurücksetzen. Aber jetzt, ganz inoffiziell, wie immer bei YouTube, wird verkündet, dass Ende März das neue Design einfach eingeführt wird, egal, ob wir das alte wieder haben wollten, oder nicht. Da gibt es keine Kanalkommentare mehr. Außer des Hintergrundbildes kaum mehr Gestaltungsmöglichkeiten, außer für Partner, natürlich. Es wird schwerer werden, ein Netzwerk zu bilden, denn Freunde gibt es dort nicht. Zudem werden inaktive Kanäle gelöscht. Wie sich inaktiv definiert ist jedoch nicht bekannt. Was die Google und YouTube Leuten nicht schnallen ist, nur Videos auf einen Server hochzuladen ist nicht alles. Wir wollen uns miteinander austauschen, Leute mit gleichen Interessen finden und uns zusammentun. Und da YouTube nur noch aufs Geld aus ist, und das neue Design mit all seinen Einschränkungen durchsetzen wird, rufen wir zum Boykott am 18. und 19. Februar 2012 auf. Lasst Google spüren, dass wir was zu melden haben. Lasst sie zwei volle Tage lang keine Werbeeinnahmen bekommen. Denn darum allein geht es ihnen. Alles Gute.